Ja hallo, hier ist der Dirk von Camp Nation. Wir sind komplett begeistert darüber, wie viele unserer treuen Kunden uns zurzeit bei Facebook, Instagram und in diversen Campingforen empfehlen und andere Leute dazu animieren, bei uns zu kaufen, damit auch wir diese aktuelle Krise überwinden, die wir eben durch diesen Virus haben. Natürlich verstehen wir, die den stationären Handel ebenso lieben wie ihr, dass ihr einen Laden geöffnet sehen wollt, um anzufassen, zu fühlen und auszuprobieren, bevor ihr eine Kaufentscheidung trefft. Wir verstehen auch, dass viele von euch, weder stationär noch im Online-Handel, gerade etwas Konkretes kaufen, weil sie gar nicht wissen, wann es in den nächsten Urlaub geht. In den letzten 1.104 Tagen hat ein kleines, aber unfassbar engagiertes Team alles dafür getan, Camp Nation zu eurem Campingstore in Deutschland zu machen. Wir waren auf Messen, haben unsinnige Roadshow-Termine gemacht und stehen in der Urlaubszeit eigentlich 24-7 in diversen Plattformen zur Verfügung, wenn ihr Probleme habt. Jetzt können wir eure Hilfe gebrauchen. Wenn ihr wisst, dass ihr für euren hoffentlich bald kommenden Urlaub noch Requipment braucht, dann könnt ihr uns dahingehend unterstützen, indem ihr jetzt schon einen Camp Nation Supporter-Gutschern bei uns kauft. Diesen könnt ihr später bei eurem Kauf einlösen. Ihr helft uns und vor allen Dingen meinem Team damit, damit wir zukünftig auch noch für euch da sein können. Ich bedanke mich, euer Dirk Landenfelt. Bis zum nächsten Mal.